Guten Morgen! Ich glaube, meine Stimme ist noch ein bisschen verschlafen. Ich wollte heute einfach einmal quatschen. Falls ihr das ganze als Podcast nutzen wollt, nutzt es als Podcast. Das ist tatsächlich auch etwas, zu dem ich danach noch kurz kommen möchte. Auf alle Fälle werde ich da heute einmal wenig schneiden. Das ganze wird ein bisschen länger dauern, nachdem ich mich einfach einmal quatschen lasse. Weil immer, wenn ich mich quatschen lasse, dann weiß ich, dass das einige Zeit dauern wird. Und zwar gibt es gar nichts Konkretes, was ich ansprechen will, außer dass ich momentan zurzeit ein bisschen ein kleines Dilemma habe. Ich habe in der letzten Zeit irgendwie ein bisschen gehadert, weil ich gemerkt habe, ich habe mich selber einfach total in eine Schublade gesteckt. Also ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch kennt, aber das Schubladendenken, was Social Media so mitbringt, seitdem es ein Businessmodell ist oder seitdem man damit Geld verdienen kann, gibt es halt, wie es in jeder anderen Branche gibt, einfach Zweige und Richtungen, in die man gehen kann, sprich Fitness oder Fashion, Ernährung, was auch immer. Und ich habe mich da selber so in eine Fitnessrichtung eingeboxt, dass man das mit der Zeit einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, bzw. ich habe das nicht einmal wirklich mitbekommen, dass ich das gemacht habe, sondern es ist mehr oder weniger einfach so passiert. Ich habe das gestartet und ich habe das wirklich jetzt, glaube ich, schon tausendmal gesagt, weil ich einfach Spaß darin gesehen habe oder Spaß darin gefunden habe, dass ich Sachen von mir teile. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich das Ganze ein bisschen hinterfragen begonnen habe, was ich von mir teilen will, was ich von meinem persönlichen Umfeld teilen will, was ich zeigen will. Das Ding ist, wenn man die Kamera mitnimmt und Sachen filmt, die auch außerhalb sind, man wird zwangsläufig immer auch Leute drinnen haben, die einen im Umfeld einfach begleiten, sprich Freunde, Familie, Partner, was auch immer. Und nicht alle wollen das machen und das ist völlig okay. Und nur weil ich mich für diesen Part entschieden gehabt habe, dass ich Sachen von mir teilen will, wollen das logischerweise meine Freunde oder Leute in meinem Umfeld nicht automatisch auch. Und das macht es dann schon wieder ganz schön schwierig, dass ich meine Kamera wo mitnehme, wo ich mir denke, das wäre voll lustig oder das würde voll viel Spaß machen, einfach weil ich die Privatsphäre von anderen auch nicht verletzen will. Und das ist dann auch immer so ein kleiner, schmaler Grad. Und ich für mich persönlich habe mir auch gedacht, irgendwie habe ich mir das cooler vorgestellt, Sachen von mir zu teilen, wie es mir jetzt letzten Endes vorkommt. Also ich teile sehr gerne Sachen, aber ich bin auch ein Mensch, ich mag meine Privatsphäre sehr gerne. Und vor allem mit Social Media, finde ich, ist dieser Grad der Privatsphäre völlig verschwommen. Also seitdem es Social Media gibt, seitdem es Leute gibt, die einen in den Alltag hineinlassen, ist irgendwie der Grad zwischen was ist privat und was ist öffentlich vollkommen verschwommen. Und wir haben glaube ich auch nicht mehr so das Gefühl dafür, wann wir die Privatsphäre einer anderen Person verletzen und wann nicht. Und ja, das ist einfach ein bisschen ein schwieriges Thema. Nicht, dass mich das jetzt in meinem Umfeld oder so persönlich irgendwie betroffen hätte. Aber das ist mir halt einfach bewusst geworden. Wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte und irgendwer würde mir eine Kamera ins Gesicht halten, dann würde ich das vermutlich auch nicht wollen. Und ich für mich persönlich finde auch, dass man teilt, wenn man online was teilt, wahrscheinlich sehr viel oder mehr wie wer, der das nicht macht. Aber man teilt halt trotzdem nicht sein ganzes Leben. Also es ist trotzdem wirklich nur ein mini, mini Bruchteil, den man selber entscheidet, was man herzeigt. Also wenn man sich verletzlich zeigt oder wenn man irgendwelche Fehler teilt, dann sind das alles persönliche Entscheidungen, die derjenige in der Hand hat, der das Video geschnitten hat oder der diesen Content geteilt hat. Und ich habe schon von ganz Anfang an mir selber immer gedacht, wenn ich eins nicht will, dann ist das nie in eine Schublade stecken, das Gefühl haben zu müssen, ich muss wer sein, der ich nicht bin. Und irgendwie passiert das sehr viel schneller, wie man glaubt. Und ich habe das wirklich lange nicht verstanden jetzt. Und ich habe mir immer nur gedacht, warum verliere ich so den Spaß daran? Wieso ist da so viel Druckgefühl in mir? Wieso habe ich das Gefühl, dass alles, was ich mache, nicht ausreicht? Und das hängt, finde ich, zum einen total zusammen mit diesem Dauervergleich, den man ständig hat. Man hat keine Ahnung, was andere Personen machen, damit sie das erreichen, was sie erreichen. Man vergleicht sich ständig, man vergleicht den eigenen Feed mit Feed fremder Personen, was völlig irrational und verdammt unwichtig ist. Aber das passiert, wenn man so in dieser Welt drinnen ist, wenn man so in dem Vergleich denken einfach drinnen ist und man dann einfach nur mehr macht und durch die Motions geht, ohne dass man wirklich macht, weil man machen will. Und das ist ja wie gesagt einfach der Grund, warum ich gestartet habe. Durch das, dass das halt auch ein Businessmodell ist und man weiß, dass man dadurch Geld machen könnte. Und man weiß, andere, die genau gleich viel Zeit oder vielleicht mehr oder vielleicht sogar weniger Zeit aufwenden, dafür Geld bekommen, du auf der anderen Seite allerdings nicht. Und das ist etwas, was ich mir nie gedacht habe, dass mich das so vereinnahmt, weil ich das nicht gestartet habe, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil ich es gestartet habe, weil es mir Spaß macht. Dann in diesem ganzen Strudel und dem Vergleichsdenken und dem Realisieren, okay, das ist einfach ein Businessmodell, das folgt einer Strategie, man muss XY machen, damit man mit seinem Hobby Spaß haben kann, was auch so idiotisch ist. Also meine Gedankengänge gehen gerade, ich hoffe, ihr könnt mir halbwegs folgen. Aber es sind so viele Richtlinien gegeben, die man vermeintlich befolgen muss, damit man sein Hobby ausleben kann. Und das ist irgendwie etwas, was mir jetzt auf Dauer richtig unangenehm in die Karten gespielt hat, weil ich das einfach nicht will. Ich bin für mich so, wie ich bin und ich pass einfach in keine Kategorie Social Media rein. Und das, glaube ich, tut keiner von uns. Also am Ende vom Tag sind wir nicht geboren, damit wir Social Media sind, sondern wir haben alle ein Privatleben und wir teilen alle nur das, was wir wollen, dass wir teilen. Und wenn man halt dann das Gefühl hat, man muss in eine Schublade rein, auch wenn es nicht Fitness ist, sei es künstlerisch irgendwas, dass man malt oder dass man Sachen kreiert und die dann eigentlich aus Freude mit einer Community teilt, dann aber irgendwie so der Druck wächst, dass andere das Spiel verstanden haben und du aber nicht. Und das ist total unangenehm. Und für mich, also ich bin mir halt erst im Laufe der Zeit jetzt drauf gekommen, dass das nicht das ist, was ich will. Ich wollte einfach was teilen von mir, also eine Seite von mir teilen, meine sportliche Seite, die mir sehr viel Freude macht. Es hat mir aber dann tatsächlich sehr viel Freude von der Tätigkeit an sich genommen, weil ich mir immer den Druck auferlegt habe, ich müsste das jetzt filmen und es muss so oder so ausschauen. Ich habe da an mich auch einfach sehr hohen Anspruch. Also wenn ich was mache, will ich logischerweise auch, dass das mir gefällt. Nicht nur irgendwen anderen, sondern ich will auch damit zufrieden sein. Und dann ist für mich die Freude am Sport total verloren gegangen. Also es ist voll schwierig sein Training zu genießen, wenn man wirklich von Herzen gern trainiert. Und das gleichzeitig aber auch irgendwie noch zu Content umzumünzen. Es ist total einfach, dass man einfach eine Kamera irgendwo aufstellt und das mitfilmen lässt. Das ist wieder überhaupt kein Thema. Das finde ich auch irgendwie nicht schwierig. Lange bevor ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das Ganze irgendwie online teilen will, auch schon gemacht, weil ich einfach der Meinung bin, dass sich selber Filmen bei Tätigkeiten, wo man sich verbessern kann, sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe das sehr häufig als Analyse-Tool genutzt und werde das glaube ich auch immer machen. Also das ist etwas, was ich sehr empfehlen würde, wenn man irgendwie sportlich etwas macht oder wenn man sich irgendwo verbessern will, dass man einfach Schritt für Schritt immer mitfilmt, weil man meistens den Progress sonst einfach nicht sieht. Jetzt habe ich mich wieder völlig verquatscht. Ich glaube, ich habe mir etwas aufgeschrieben, damit ich das nicht vergiss, was ich sagen wollte. Was ich ebenfalls noch sagen wollte, ist, dass man durch, oder dass ich, ich kann immer nur von meiner eigenen Warte sprechen, aber dass ich sehr das Gefühl habe, dass man in der heutigen Zeit im Vergleich zu unserer Elterngeneration zum Beispiel, alle das Gefühl haben, wir müssten irgendetwas Besonderes sein. Und das klingt jetzt einmal sehr hart, aber im Endeffekt macht diese Social Media nichts anderes. Also die Grenzen zwischen wirklicher Star und Influencer oder Privatperson, die irgendwie bekannt geworden ist, sind so verschwommen, dass man eigentlich gar keine richtigen Stars mehr hat oder ganz wenige. Und jede Privatperson hat dadurch das Gefühl, ich könnte ebenfalls bekannt werden, ich könnte ebenfalls etwas Besonderes sein. Fetteste Anführungszeichen. Und das baut auch total viel Druck auf. Vor allem, weil man einfach weiß, wie viel Geld man damit verdienen kann. Und da geht es nicht einmal darum, dass jeder reich sein will oder dass jeder noch mehr Geld haben will wie der andere. Aber es ist irgendwie einfach einmal Fakt, dass die Mietpreise steigen, alle Preise steigen, tanken zur Zeit ist unvorstellbar. Und wir leben auch in einer Zeit, wo die Pensionsvorsorge jetzt, ja, da wo das ein bisschen ein schwieriges Thema ist, Pension generell und wenn man ein bisschen in die Zukunft denkt, einfach vorsorglich denken muss, damit man dann nicht irgendwann in eine Altersarmut rutscht. Das ist zumindest einfach mein Gedanke dahinter, weshalb ich gerne einmal ausreichend verdienen wollen würde, aber jetzt nicht alles einfach aufs Geld auslegen. Ich würde nie etwas machen und deshalb rudert ich da jetzt auch gerade so zurück. Was ich nicht machen will, nur damit es Geld einbringt. Und man hat einfach heutzutage mit diesem Businessmodell YouTube, mit dem Businessmodell Instagram oder einfach Influencer an sich sein. Man hat die Möglichkeit extrem viel Geld zu verdienen und wenn man damit klug umgeht, dann hat man sich damit sein Leben mehr oder weniger gesichert. Da wundert es mich absolut nicht, dass das so einen Druck aufbaut und dass ganz, ganz viele junge Menschen sagen, hey, ich will YouTuber werden, ich will Influencer werden. Einfach weil es einmal objektiv gesehen, wie ein sehr lukrativer Job wirkt, wo sehr viel herauszuholen ist, was vielleicht in einem normalen Job, unter Anführungszeichen, nie so der Fall ist, beziehungsweise wo man deutlich mehr von seiner privaten Zeit opfern muss, vermeintlich, wie im Vergleich zu diesen Online-Geldverdien-Methoden. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich diesen Rant wieder gestartet habe, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dieses Bedürfnis wäre besonderer zu sein, irgendwie besonderer als andere Menschen. Das kommt irgendwie leicht mit, mit dieser Follower-Anzahl, mit der Abonnenten-Anzahl, mit der Anzahl der Likes. Das ist für mich alles irgendwie einfach sowas, was mit der eigenen Psyche sehr herumspielt, auch wenn man immer sich denkt, ich will mich von dem distanzieren, das ist nicht so wichtig. Wenn man dann trotzdem in diesem ganzen Strudel drinnen ist, dann beeinflusst einem das einfach. Glaube ich. Ich kann, wie gesagt, immer nur von meiner Warte aussprechen. Ich habe mir selber immer gedacht, mich beeinflusst das nicht, es ist mir egal. Ich mache das und ich nutze das als Tool, weil es mir tatsächlich Spaß macht. Und trotzdem ist es passiert, dass man keinen Spaß mehr macht, weil ich mich in diesem Strudel verloren habe. In diesem Geschäftsmodell Strudel, in diesem Strudel, dass andere dieses System verstehen. Und man selber versteht es nicht. In dem Strudel, dass andere etwas richtig machen. Und man selber macht es nicht. Und wenn das alles im Unterbewusstsein abläuft, ist das sehr, sehr unangenehm, weil man irgendwann einfach auf eine Wand trifft, wo man nicht mehr versteht, warum man sich kacke fühlt. Und dann erst sich wieder damit auseinandersetzen muss, die ganze Scheiße fühlen muss und langsam versteht, was da eigentlich los ist. Und der Grund, weshalb ich gerade darüber sprechen wollte, ist einfach, dass ich glaube, dass das einigen vielleicht helfen könnte. Vor allem, weil mich zwei oder drei von euch auch schon einmal gefragt haben, wie es mir damit geht, wie ich diese Hürde überwinden habe können, dass ich einen YouTube-Kanal starte. Und das ist derzeit meine Erfahrung. Also das ist das, was ich momentan fühle, was ich momentan aus dem Ganzen so mitnehme. Und wollte das einfach offen und ehrlich teilen, weil ich der Meinung bin, dass man das aus richtigen Motiven nutzen soll. Und man sich selber nicht einfach so einen Druck machen soll, dass man wer besonderer sein muss. Am Ende vom Tag hat jeder sein Leben und das Leben wird immer in der echten Welt stattfinden. Auch wenn es so wirkt, auch wenn es auf Lifestyle-Kanälen so wirkt und bei Personen, die jeden Tag die Kamera den ganzen Tag mitnehmen, man sieht nie das komplette Leben einer anderen Person. Es ist immer ein Ausschnitt in 15 Minuten zusammengepresst oder teilweise, wenn man auf TikTok unterwegs ist oder auf Instagram unterwegs ist, nur 30 Sekunden oder 15 Sekunden. Weil eben auch die Aufmerksamkeitsspanne von uns immer weniger wird. Und da wird man sich ein Video, das über 20 Minuten hinausgeht auf YouTube zum Beispiel, da wo ich übrigens gerade auf dem besten Weg hin bin, wahrscheinlich nicht einmal ansehen. Dafür werden dann Podcasts wieder eher geeignet. Und das ist auch aktuell etwas, mit dem ich so ein bisschen spiele mit dem Gedanken. Ich glaube nicht, dass ich mich auf einer Podcast-Plattform jetzt breit machen werde. Aber so ein Talk über Themen, weil ich quatsche ja sichtlich ganz gerne. Ich quatsche ja hin und wieder einfach gerne und teile, wie gesagt, einfach gerne das, was ich weiß. Ich bin kein ausgebildeter Trainer und habe das auch nie gemacht oder forciert. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich mir dann so schwer tue, spezielle Wissensvideos, auch wenn ich die sehr gerne machen wollen würde, hinauszutragen. Weil ich in meinen Augen kein Experte bin und auch keine Expertise für etwas geben will, wo ich mich nicht als Experte sehe. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das völlig in Ordnung ist, dass ich kein Experte bin. Und wenn ich über Sachen quatschen will, dann kann ich das auch machen und dass ich da keine Schublade brauche. Und für alle, die so etwas interessiert und immer noch auf diesem Kanal herumgeistern, das freut mich natürlich sehr. Meine Hauptmotivation dahinter ist einfach, dass ich wieder Spaß daran finde. Und ich will, wenn ihr das seht, euch auch dazu motivieren, dass ihr Sachen macht, weil sie euch Spaß machen. Und dieser Druck da ein bisschen wieder rausgenommen wird. Also man muss nicht Sachen machen, die man nicht machen will, einfach weil man glaubt, man muss auch mit etwas Geld verdienen. Oder man muss erfolgreich sein, damit man etwas Besonderes ist. Oder was auch immer da im Kopf abgeht. Oder man muss bekannt sein, damit man Anerkennung kriegt für das, was man macht. Das ist am Ende vom Tag wirklich nicht wichtig. Für mich zum Beispiel ist es am allerwichtigsten oder am allerschönsten, wenn ich dann da sitze und ich etwas gemacht habe, wo ich mir denke, Pretty nice, Dani. Und ich finde, schöner geht es eigentlich nicht. Und ich glaube, dass ich das jetzt auch schon bei dem belassen werde. Wir quatschen jetzt ungefähr 20 Minuten. Und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe ziemlich sicher irgendwas vergessen. Aber sei es drum. Ich habe einfach einmal darauf losgequatscht. Ich werde das auch nicht schneiden oder ganz minimal schneiden, wenn überhaupt. Und ich hoffe, dass euch dieser kleine Talk mit mir ein bisschen Spaß gemacht hat. Und dass ich einen oder zwei da draußen ermutigen habe können, einfach ein bisschen mehr drauf zu scheißen und einfach zu machen, weil man machen will. Ganz egal, ob man sich nicht traut, ob das Motiv ist, dass man sich nicht traut oder ob man sich auch in etwas verrannt hat, so wie ich. Man kann sich immer selber wieder aus dem Ganzen rausholen, weil am Ende vom Tag liegt die eigene Kraft bei uns selber. Wir sind keine Opfer von irgendwas. Wenn man draufkommt, dass einem etwas nicht taucht, kann man es wieder lassen. Man ist keinem auf dieser Welt Rechenschaft schuldig. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Word. Ich wünsche euch alle eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann das nächste Mal. In welcher Form auch immer. Das weiß ich noch nicht genau. Und ich weiß auch noch nicht genau wann. Aber wenn wir uns hören, dann hören wir uns. Und ja, bis zum nächsten Mal.